Das Ding hat, das hat eingeschlagen. Kampf beendet. Kampf beendet. Aber machen wir weiter. Okay, das ist ja derik. Herzlichen Dank. Frau Schimke, gebt mir mal einen Gürtel! Das den Stockfuss. Und da ist der Stockfuss. Und da ist der Stockfuss. Und da ist der Stockfuss. Und da war das. Und da ist der Tipp. Das ist der erste Mitglieds-Champion von Real of MMA. Leo Lauber. Wenn Peter sich irgendwann dieses Video untertippt, da. Und das den Stolz fuß. Ich komme und hole mir den Gürtel.